Jo Freunde der Klimaproteste! Hallo? Hallo? Wo sind denn jetzt alle hin? Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, seit einigen Monaten gibt es ja die Vereinigung Letzte Degeneration, die sich dauernd auf Straßen klebt und damit den Verkehr blockiert, wodurch sie nicht nur Menschenleben in Gefahr bringt, sollte da mal ein Krankenwagen oder so nicht durchkommen, sondern auch dafür sorgt, dass die Leute noch genervter sind, was das Thema Klimawandel angeht. Denn genau dafür wollen sie sich eigentlich einsetzen und zwar gegen den Klimawandel. Dass ich jetzt keine besonders gute Meinung über diese Leute habe, ich glaube, das ist auch ganz gut rumgekommen, schon alleine, wo diese eine von denen bei Leroy im Interview gewesen ist und solche Aussagen hier gebracht hat. Ihr produziert ja bewusst einen Stau und in so einem Stau stecken nicht nur Menschen, die irgendwie nach Hause wollen oder zur Arbeit wollen, sondern vielleicht sind da Menschen, die auch wichtige Berufe ausüben, wie zum Beispiel eine Krankenschwester auf einer Intensivstation, die eigentlich auf dem Weg ist, Leben zu retten. Also tatsächlich für solche Fälle haben wir extra ein Kommunikationsteam und die laufen da auch sehr, sehr oft durch und reden mit den Leuten und fragen, okay, bist du jetzt irgendwo ganz dringend eingebunden, also bist du irgendwie ein Feuerwehrmann und hast gerade einen Einsatz oder bist du eine Krankenschwester und musst auf die Intensivstation zu deiner Schicht und wenn das halt eben wirklich zutrifft und die Leute uns das auch wirklich ehrlich sagen und uns jetzt nicht komplett nervig und asozial behandeln, dann lassen wir die schon auch durch. Genauso wie Rettungswägen. Ja, also klar lassen wir die Leute durch, wenn es dringend ist. Also außer die Antworten genervt, nachdem wir hier einfach einen Stau verursachen, also dann haben die natürlich Pech und müssen sterben. Aber ein gutes hat die letzte Degeneration tatsächlich und zwar gibt es einige Mitglieder, die sich jetzt absichtlich sterilisieren lassen, damit sie keine Kinder in diese Welt setzen müssen. Auf der einen Seite, weil sie halt einfach Kinder nicht in den Klimawandel schicken wollen, auf der anderen aber, was natürlich deutlich klüger ist, um das CO2 zu sparen, was ein Kind bzw. Mensch im Laufe seines Lebens verursacht. Also, ich will ja wirklich nichts sagen, ne? Aber eigentlich wurde genau dafür, dass man keine Kinder bekommt, so Dinge wie Kondome erfunden beispielsweise. Und die gibt es sogar von Montana Black, also das wird als Schutz auf jeden Fall reichen. Ich finde es übrigens sehr nice, denn das Gratis-3er-Set Kondome bei Montana Black kostet gerade nur 4,99 Euro. Wow! Was genau das jetzt aber gegen den Klimawandel bringen soll, kein Kind zu bekommen, verstehe ich nicht ganz. Also ja, man spart natürlich eine Person CO2, aber ich weiß nicht, ob euch das jemand gesagt hat, wir sind so gerade 8 Milliarden Menschen auf der Welt, also selbst wenn jetzt 10.000 Leute kein Kind bekommen, ändert das gar nichts. Als einzelnes Individuum kannst du da kaum irgendwas machen. Und dafür lassen die einfach ihren Kinderwunsch liegen. Ey, es ist bekloppt. Immerhin schalten sie sich auf jeden Fall selber aus und das gibt auf jeden Fall den Win der Woche. Diese Woche gab es dazu auch einige Razzien bei der letzten D-Generation. Beschlagnahmt wurde dabei auch eine Tube Uhu-Kleber. Es ging hierbei um 7 Mitglieder, die durchsucht worden sind, mit dem Vorwurf der Gründung einer kriminellen Vereinigung. Insgesamt wurden 15 Objekte durchsucht. Leider nicht mein Hintern. Herr Officer, gucken Sie doch mal, da finden Sie bestimmt auch noch was. Ihnen wird dazu vorgeworfen, weitere Spenden für Straftaten zu sammeln, denn ein Teil des Geldes, was man an die spendet, geht halt tatsächlich für Strafen, Gerichtskosten und so weiter drauf. Außerdem gibt es auch zwei Beschuldigte, denen vorgeworfen wird, eine Ölpipeline in Ingolstadt sorbetiert zu haben, beziehungsweise das vorzuhaben. Ja klar, das findet man natürlich wieder sofort raus. Aber wer Nord Stream gesprengt hat, das weiß keiner. Digga, wen will die Regierung reinlegen? Allerdings wurden nicht nur deren Räume durchsucht, sondern die Staatsanwaltschaft in Bayern hat auch direkt deren Internetseite übernommen. Und wenn man jetzt auf die Seite geht, dann steht da folgendes. Die Homepage der letzten Generation wurde im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus durch das Bayerische Landeskriminalamt beschlagnahmt. Oh, upsie, gar nicht mal so gut gelaufen. Das sagen Frauen zu mir auch immer. Tatsächlich ist dem Staatsanwalt aber hier ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar am Anfang, als die Seite offline geschaltet wurde, sah das Ganze noch so aus. Hier steht drin, dass es sich bei der letzten Degeneration tatsächlich um eine kriminelle Organisation handelt. Und das ist natürlich so einfach falsch, denn sie wurden doch nicht verurteilt. Es gibt gerade erst einen Anfangsverdacht. Und deswegen hat man den Fehler auch eingeräumt und das Ganze dann nochmal geändert. Das Lustige ist, dass gerade Christian Solmecke sich über diesen Fehler beschwert hat. Was ziemlich lustig ist, weil als er Lügen über Skoros verbreitet hat und er anwaltlich darauf hingewiesen wurde, dass er das gemacht hat, hat er gepostet, dass er hier gar keinen Reaktionsbedarf sieht. Also das muss man gar nicht klarstellen. Aber dem Staatsanwaltschaft bei der gleichen Sache Lügen verbreiten, das Ganze dann vorwerfen oder was? Ist ja zum Glück gar nicht doppelmoralisch. Natürlich fand die letzte Degeneration das Ganze nicht allzu gut. Deswegen haben sie auch tausend Tweets dazu abgesetzt. Aber im Endeffekt sagen sie nur, jetzt geht doch mal gegen die richtig Kriminellen vor. Hashtag völlig bekloppt. Dann gab es an dem Tag und am Tag danach auch noch einige Großdemonstrationen, die halt für diese letzte Degeneration auf die Straße gegangen sind, wo, warum auch immer, auch wirklich tausende Leute hingegangen sind. Unter anderem sogar Harald Lesch, der das hier gesagt hat. Naja, weil eine rote Linie für mich überschritten ist. Was ihr macht, da muss man nicht immer zustimmen bei den Aktionen. Aber das, was jetzt passiert ist, das geht auf keinen Fall. Es kann nicht sein, dass man euch behandelt wie Kriminelle. Ihr vertreten eure Meinung. Bei euren Maßnahmen, da gibt es den strafrechtlichen Bestand der Nötigung. Aber das rechtfertigt auf keinen Fall irgendwelche Razzien. Hey, also klar, das ist halt Nötigung, die ihr als Gemeinschaft vollzieht. Aber kleinere Straftaten wird man doch noch voll üben dürfen, oder nicht? Und die Pipeline, also ganz ehrlich, so viele Rohre, wie ich schon von Frauen durchgebumst habe, also da macht das auch keinen Unterschied mehr. Die Frage, die halt im Raum steht und die gerade diskutiert wird, ist, ob das Ganze denn verhältnismäßig ist. Und meine persönliche Meinung ist, ja, auf jeden Fall, es ist genau richtig, das zu machen. Wie gesagt, ist das hier nur ein Meinungsblock, jetzt kommt kein übertriebenes Anwaltsgelaber, da kenne ich mich nicht aus, aber meiner Meinung nach stimmt der Vorwurf einfach. Eine kriminelle Vereinigung ist eine Gruppe, die sich gründet, um Straftaten zu vollziehen. Und genau das macht ja die letzte D-Generation. Das ist eigentlich das Einzige, was man von denen überhaupt mitbekommt. Dass die sich an Häuser kleben, an Straßen, an Autos, an Autobahnen. Und manchmal werfen die auch Farbe gegen irgendwelche Gebäude, das ist vielleicht auch noch Sachbeschädigung. Aber ganz ehrlich, macht lieber das, anstatt dem kleinen Bürger auf den Sack zu gehen. Sie rufen ja sogar auf, diese Straftaten zu vollziehen. Und selbst wenn sie verklagt und bestraft werden dafür, machen sie dann trotzdem weiter. So zum Beispiel erst heute gepostet, die Merita. Für die gibt es jetzt einen Spendenlink, um die Kosten zu tragen. Die wurde nämlich zu einer Geldstrafe von 2500 Euro verklagt, die sie nicht zahlen kann und deswegen drohen ihr jetzt 50 Tage Gefängnis. Auf der Seite steht unter anderem, deshalb saß ich im November friedlich protestierend auf der Straße und auch danach immer wieder. Also selbst nachdem sie verklagt wurde und dann auch verurteilt wurde, hat sie das Ganze immer wieder und wieder gemacht. Und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Vor allem verstehe ich das friedlich da auch nicht. Also wenn ich jetzt friedlich über das offene Fenster meiner Nachbarn reinklettere und mich da an den Tisch setze und festklebe, ist es halt trotzdem Haus Friedensbruch. Auch wenn ich das friedlich mache. Was auch lustig ist, am Ende steht übrigens noch, da auch die Tagessatzhöhe nicht meinem Einkommen entspricht und die Einspruchsfrist bereits abgelaufen ist. Nach einem Urteil hast du 14 Tage Zeit, dagegen vorzugehen. Warum hast du das Ganze nicht gemacht? Ach ja, klar, die Idioten zahlen das ja für dich. Da hätte ich mir die Mühe auch nicht gemacht, um ehrlich zu sein. Eigentlich darf man Strafen auch gar nicht durch Spenden bezahlen, aber anscheinend ist das hier egal. Oder man geht nochmal gegen vor, was natürlich sehr gut wäre. Oder auch die größte Selbstdarstellerin der Gruppe, Carla Hinrichs. Die ist auch eine der Hauptverdächtigen bei dieser Razzia gewesen. Und auch da kann man im Internet nachlesen, dass sie halt sich schon des Öfteren irgendwo festgeklebt hat, deswegen Geldstrafen zahlen musste, auf Bewährung ist und trotzdem immer wieder weitergemacht hat. Jetzt ruht ihr sogar Knast, wenn der Richter halt die Bewährung wieder zurückzieht. Derzeit nur zwei Monate, aber vielleicht haben wir ja Glück und da kommt noch ein bisschen was drauf. Es ist also nicht so, dass die Mitglieder dieser Organisation so eine Straftat vollziehen und dann ist gut, sondern sie machen das ja wirklich immer wieder. Der Rechtsstaat hat hier einfach quasi gerade gar keine Möglichkeit dagegen vorzugehen, weil selbst wenn du sie verhaftest und denen eine Haftstrafe gibst, bis die vollzogen wird, kleben die sich immer wieder weiter auf die Straße. Und das Ganze ist nun mal einfach Nötigung im Straßenverkehr. Es ist eine Straftat und es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis wegen denen wirklich mal jemand stirbt, weil ein Rettungswagen oder vielleicht irgendein anderer Fahrer, der gerade irgendjemand ins Krankenhaus bringt oder whatever, nicht durchkommt und wegen denen dann drauf geht. Dass durch die ganzen Spenden auch die Gerichtskosten und auch teilweise anscheinend die Strafen bezahlt werden, das sagt die letzte Degeneration ja selber. Also auch das stimmt, dass sie quasi Geld sammeln, um diese Straftaten vollziehen zu können. Also inwiefern ist das bitte keine kriminelle Organisation? Ja, natürlich, sie entführen niemanden, sie brennen auch keine Autos an oder werfen Steine irgendwo hin, aber auch eine kleine Straftat. Und das als Gemeinschaft ist eine kriminelle Organisation. Die haben sich genau dafür gegründet anscheinend. Ich meine, was erwartet ihr denn, was ihr bekommt? Einen Blumenstrauß oder was? Das Lustige ist, dass deren Bubble jetzt die ganze Zeit so was sagt wie, naja, aber eine kriminelle Vereinigung, das sind ja eigentlich eher so Drogenbanden oder Terroristen, das kann man ja gar nicht miteinander vergleichen. Genau die gleichen Leute fronten mich, aber bei jeder Gelegenheit als Volksverhetzer, weil ich mal verurteilt wurde, weil ich einen Witz als gar nicht mal so schlecht befunden habe. Ja, man versteht unter einem Volksverhetzer normalerweise auch was ganz anderes als zu sagen, der ist gar nicht mal so schlecht, oder? Aber das geht natürlich nur in der eigenen Bubble. Das darf man nicht vergessen. Das Problem ist halt, dass sie immer weitermachen. Man kann diese Organisation nicht stoppen und deswegen muss der Rechtsstaat hier einfach mal vernünftig durchgreifen und zeigen, dass es so nicht weitergehen kann. Was kann ich abschließend dazu sagen? Natürlich kann ich hier nicht rechtlich feststellen, ob es sich tatsächlich um eine kriminelle Organisation handelt oder nicht. Das muss irgendein Richter machen. Wie gesagt, ist das ja einfach nur meine Meinung und ich denke schon, dass die das sind und ich hoffe auch, dass ein Richter das Ganze feststellt. Seit Monaten drangsalieren sie halt die kleinen Bürger, die dann in irgendwelchen Staus stehen, die einfach nur nach Hause wollen, die vielleicht einen wichtigen Termin haben, ihre Kinder abholen müssen oder sonst irgendwas, dafür, dass man sich als Selbstdarstellung für den Klimawandel einsetzen kann. Was nichts bringt, die Leute nur aufregt und sich keiner wegen dieser Organisation wirklich mit dem Klimawandel beschäftigt, sondern alle einfach genervter sind, als sie es sowieso schon sind. Natürlich ist es ein wichtiges Thema und natürlich machen wir zu wenig, aber dann greift doch nicht den kleinen Bürger an, sondern die großen Firmen, die tatsächlich was daran ändern könnten. Jetzt sammeln sie natürlich auch medienwirksam wieder Spenden und es ist wirklich unfassbar, was da zusammenkommt. Innerhalb von irgendwie 48 Stunden haben sie einfach 350.000 Euro gesammelt. Ey, es ist unfassbar, dass die für den Schrott auch noch Geld bekommen, wirklich, also spendet mir doch lieber das Geld. Was sagt ihr dazu? Sollen wir in den Knast oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye.